Hallo liebe Bundeszentrale, herzlichen Glückwunsch zu euren ersten 60 Jahren. Ich komme aus der politischen Bildung, arbeite für das DGB Bildungswerk, mache seit 3-4 Jahren relativ viel mit euch zusammen. Aber so richtig angefangen hat es mit uns eigentlich mit diesem Buch, sieht hier spiegelverkehrt aus, heißt freie Software, kriegt man jetzt nur noch als PDF bei euch zum Herunterladen. Und ja, das ist so das Standardwerk für alle, die sich damit beschäftigen, wie digitale Medien unsere Gesellschaft verändern. Dass sie das tun, wissen wir seit bestimmt 40 Jahren, Aber wie die Gesellschaft damit umgeht, das beschäftigt uns eigentlich noch nicht so lange. Und da ist die Bundeszentrale meines Wissens sehr weit vorne, bringt in regelmäßigen Abständen eigentlich ein Standardwerk nach dem anderen heraus. Und dafür möchte ich mich mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass es euch gibt. Und ich hoffe auch, dass nicht nur ich als Profi oder Experte der politischen Bildung, sondern auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, zunehmend ein Gefühl dafür kriegen, welche tolle Arbeit ihr in dem Bereich leistet. Also dann, das war jetzt ganz viel Liebes mal hintereinander gesagt, aber es geht ja um euren Geburtstag. Also, alles Gute und Tschüss!